Wer haupte ich jetzt? Da haben wir ja einen Schwan gebraucht. Jetzt bin ich in die Spieltruhe, in die herzförmige Kiste da. Oigami Schwan. He? Ah! Okay. Oh! Ein Pferd. Ein Frosch. Ein Pinguin. Ein Dino. Du müsstest jetzt da sein. Nein, du bist nicht da. Bist du jetzt da? Ja. Okay. Was bist du? Ein Frosch. Warst du nicht irgendwo hier der Frosch? Frosch. Oh. Quatsch. Pinguin. Mist. Pinguin. Nein. Frosch. 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 Da war hier der Frosch. Hier war der Panda. Der war... Nein. Ein Dino. Der war doch auch irgendein. Panda. Ein Delfin. Pinguin. Hier ist der Panda. Der war doch da dann. Ne. Hier ist der Pinguin. Fuck. Wo war der Pinguin? Pinguin. Nein. Hier. Ja. Aber den auch schon. Du warst doch da. Nein. Da. Bist du jetzt... Nein. Da. Da. Sag mal den. Das Pferd. Ne. Der Dino. Der Delfin. Der Panda. Sag mal den auch. Das Pferd. Delfin? Nein. Nein. Jetzt wird's ja zum Schluss. Jetzt wird's ja einfacher hier. Geschafft. Und wir haben's. Theaterkarte. Also ein halbes Stück einer Theaterkarte. Finde. Finde die andere Hälfte. Finde die andere Hälfte. Die andere Hälfte. Hier soll auch ne Maske sein. Ach, hier. Die andere Hälfte. Hier ist auch ne Maske. Ja. Neues Wimmelbild. Salzhaarbürste. Spinne. Dose. Dose. Stiftehalter. Kreuz. Lokomotive. Ne Stinkwanze. Ne Stinkwanze. Keine Ahnung. Messer. Was ist doch hier? Ist das sonst noch ein Messer? Das ist doch ein Messer. Oben ist noch eins. Ne Zange. Hier. Schuhe. Schuhe. So ne Perle. Aber ich seh keine Muschel oder so. Ah. Aber was ist ne Stinkwanze und wie schaut die aus? Spinne. Aber... Stinkwanze? Da unten. Okay. Die Frau guckt raus. Ich sah nur einen wunderschönen Mann in der alten Kirche. Ich weiß das nicht, aber dann gehen wir halt mal zur Kirche. Ach du Scheiße. Die Frau wieder. Und das ist noch eine Kirche. Ich überrasse das. Das ist noch eine Kirche. Dann tut es nur die Tür. Dose nicht so ein bisschen klingelt. Die Art von dem Bildschrug. Oder da hingelegt irgend sowas. Keine Ahnung Die geht ja übers Theater auch nicht hin Doch da her Doch in die Kirche Glocken Glocken Hh Hm? Mhm. Den krieg ich nicht zusammen, machen wir mal eins weiter. Alter, ich krieg's nicht hin. Amulett. Doch in die Köfe. Ah, ich bin doch so dämlich. Ich hab gedacht, das wär nur ne Zeichnung. Und nun? Geh ich denn jetzt mit dem Medaillon hin? Ich hab sowas von keinen blassen Schimmer. Ich hab sowas von keinen blassen Schimmer. Ich hab sowas von sie mich nicht gesehen.